Kein Weg voran. Du musst nach unten. Ins Wasser? Wow, es ist schon fast friedlich hier unten. Schapedone können aber nicht schwimmen, oder? Keine Sorge, Seth. Ich beschütze dich vor ihnen. Jeeho! Das sind eine Menge Eier. Naja, wo gehobelt wird fallen Späne. Oder Eierschalen in diesem Fall. Darauf kann ich gut verzichten. Was ist das? Noch ein Relikt. Vorsicht Freelancer, es ist instabil. Ich hasse es, wenn das passiert. Was machen wir jetzt? Sande die Fragmente und dämme das Relikt ein. Das ist ein Agen. Das ist ein Agen. Das ist ein Agen. Dierfšechnik. Das ist ein Agen. Töne die Fragmente. Vorsicht, Sky im Einmarsch. Wie sind Sie hier runtergekommen? Machst du an den Buddeln gerne. Nur noch ein paar Fragmente übrig. Hey, Freelancer! Mehr ist da! Ich weiß, die sehen besonders mächtig aus. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Nein! ... ... ... ... ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Freelancer, weg auf der Platform. Was ist das? Oh, das ist ja mehr. Das war's für heute. 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 Ich glaube, das war's für heute. 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 Nein, 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 das ist jetzt normal, das ist jetzt normal, mein Freund war dann nicht mal dieser Kreisel bei mir, und dann war schon der Ladebildschirm, das ist normal, ich kann es längst mal einsammeln, das wird ja automatisch überschrieben. Na gut, soll ich schon mal vorsorglich mit der Alt F4 drücken, ah nee, es geht diesmal, ist ja Wahnsinn, alle die gleiche Handbewegung, voll synchron. Ich habe nicht ganz so viel wie ich gehofft hatte, dass ich gekriegt habe. Hm, die haben ja gut aufgeräumt, wa? Wie aufgeräumt? Dann haben wir alle die gleichen Dinge, oder was meinst du? Nein, 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 die Allianz-Ponos. Das ist, äh, das ist ein extra Punkt, aber es kann doch sein, dass ich einige Sachen schon fertig habe, die du noch kriegen kannst. Das ist so, guck mal, ich habe Level ab 14. Hm, ist auch bald 15. Ja, und für dich nicht mehr weiter. Na, ein paar Granaten, was ist das hier? Detonations-Merser, okay. Das ist der mit den mehreren Raketen auf dem, äh, auf dem Dingswumpf. Ne, eine Spezialkranate, die in einem weiteren Gebiet explodiert. Nein, das ist das mit den vier Raketen. Detonations-Merser ist das mit den vier Raketen. Mit den vier, äh, Dingern da, die den in einem Bereich aufschlagen. Gut. Was ist der normale Merser? Was ist der normale Merser? Ja, sonst. Warum heißt das nicht? Joa. So, dann würde ich sagen, wir rüsten auf jeden Fall wieder neu aus. Und, ähm, in der Stadt ist ja eh langweilig. Man kann ja nicht groß quatschen. Wir rüsten ein bisschen was um. Und dann gehen wir mal ein bisschen in die freie Welt, würde ich sagen. An dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder bis dahin. Ciao. Yeah.